ja herzlich willkommen zur letzten folge des halloween events wir haben es jetzt endlich geschafft wir haben alle zutaten zusammen und jetzt wird jetzt ist es Zeit den frankenfisch oder auch frankifisch hervor zu beschwören das ist das rezept sieht so aus als hätten sie ein echtes abenteuer mit der suche nach allen notwendigen zutaten für den auftrag aufruftrank von frankenfisch sobald du alle magischen zutaten nach dem hexen rezeptbuch gefunden hast finden sie ein hexenkessel aus san juaquin und braunen sie den trank der beschwörung so dann müssen wir jetzt nach san juaquin hier reisen wir ab jetzt müssen wir nach kalifornien also da muss jetzt glaube ich level 34 sein kalifornien mal level 34 da müssen wir da jetzt hin reisen so alles reparieren kalifornien zeigt ja gar nicht an ich mache noch mal mission doch hier verfolgen genau dann müssen wir jetzt den hexenkessel finden schauen wir mal wir sollten eigentlich alles weit dabei haben aber noch zwei matchrouten noch mit meine spin route habe ich auch mit aber ich glaube wir müssen das jetzt mit der matchroute machen aber wir schauen mal jeden fall brauchen jetzt den trank und danach fangen wir den frankenfisch ja wir jetzt auch fast eine woche gebraucht um das abschließende herausforderung abgeschlossen so wo müssen wir jetzt jetzt muss irgendwo der hexenkessel sein jetzt natürlich die frage wo ist der finden sie den hexenkessel ich gucke mal hier ob hier vielleicht der hexenkessel ist dass wir unsere alte karpfen stelle hier haben wir auch mal die störe gefangen oder müssen wir das kann auch sein dass wir das mit dem kajak machen müssen dies kann auch sein gucken mal wo wir den hexenkessel finden auf jeden fall mal wieder auf ach hier ist der hexenkessel da ist er ja da ist er ja lege den gegenstand in den kessel ausgezeichnet so alle zutaten drin und das wasser färbt sich gerade rot das wasser hat sich gerade rot färbt oha so jetzt kommt hier doch mal das mit dem frankenfisch was machen wir jetzt rüsten sie hat den glatten crank alles klar den glatten crank wenn wir hier die route machen hier den glatten crank auf crankbait hatte crank da haben wir noch von dem anderen event es lebt gehen sie hin und fangen sie das biest wenn sie genug mut haben seien sie schnell wir haben nicht viel zeit vergessen sie nicht vergessen sie es nicht sich richtig auszurüsten sowie schmeißen einfach mal aus würde ich sagen und dann machen wir hier stufe drei ein bisschen stop and go da ist ja schon da ist ja schon alter schwede alter schwede warum wir jetzt einfach so raus und hoffentlich nicht ich hoffe der kämpft ein bisschen oh gott ich glaube wir holen den einfach so raus einfach raus geholt alter schwede 33 kilo 166 cm,6 4950 xp ob es auf jeden fall mal ein screenshot machen hier das wasser ist leider nicht mehr rot ich bin gar nicht zu sehen alle machen wir hier nochmal ein screenshot so haben wir den gefangen ja läuft läuft das war mal eine schnelle folge und jetzt belohnung monster also den gucken wir uns auf jeden fall gleich mal an gehen wir mal hier zum kajak spot aber ich glaube den müssen wir zu hause ausrüsten jetzt haben wir hier das kajak wie kann man jetzt das monster kajak ausrüsten ich glaube das müssen wir zu hause machen reisen wir noch mal kurz nach hause gucken wir uns mal an wo das neue kajak ist das würde ich auf jeden fall jetzt auch gleich noch mal sehen das ging ja fix also dafür dass man so lange gebraucht hat so ein easy drill hier mit dem frankenfisch das ist natürlich also da hätten sie mal ja hätten sie mal so ein alligator drill rein machen können mit 60 kilo oder so schade es ging ja echt ganz schön schnell aber trotzdem mein fazit zwar auf jeden fall ein geiles event also ich habe hier gestartet mit 460 bitcoins habe jetzt 506 und ja gut 40 bitcoins hatte ich jetzt noch durch dlcs also habe ich jetzt insgesamt bitcoins plus gemacht ja 6 6 6 6 bitcoins also plus minus null quasi nach dem event wirklich plus macht ihr mit dem bitcoins nicht so wir fahren jetzt muss mal inventar so wo sind hier die kajaks hier ist das kajak so dann müsste es ja hier unten irgendwo im haus sein hier das monster kajak sehr geil zack das wo gehen wir mal nach gehen wir mal nach new york gucken uns das mal an ja dann haben wir das halloween event abgeschlossen aber wenigstens macht man mit dem bitcoins plus minus null und nicht dass man damit minus macht wie gesagt looted eure eure kürbisse es kommen jetzt auch am dienstag kommen ja die grabsteine jetzt am 8 am 30 30 10 kommen die grabsteine die kann man dann noch mal extra looten ja also das ist noch mal extra loot jetzt haben wir regen so da haben wir unser kajak ja cool aus ist vom frankenfischer das sieht doch mal nice aus nicht schlecht nicht schlecht wir steigen mal ein gucken wie schnell wert sind auch bloß 10 km h schaffen ob wir noch schneller schaffen wird sehen oha oha der nimmt aber richtig gut hier prozent weg 10 schaffen wir damit gar nicht wirklich aber kein schlechtes kajak so dann zeige ich euch noch mal kurz auf der karte welche also dem anderen kajak waren übrigens schneller mit dem roten dass sie ist doch ein bisschen langsamer zeige ich mal auf der karte wo ihr auf jeden fall die kürbisse finden könnte oder beziehungsweise wo man die günstig kriegen kann also einmal auf jeden fall lohnt salik auf jeden fall dann matt water näher in river emerald lake everglades lohnt sich nicht und wenn ihr mal die quest macht auf jeden fall quatschkin leg und das waren so die sehen die gewässer die ich abgegangen bin um halt die kürbisse einzusammeln näher in rüber gibt es drei matt water 2 lohnstar 2 quatschkin legt 3 emerald lake gibt es zwei eine vorne gleich der andere müsst ihr euch leider in kajak nehmen ja gut alles klar erst mal vielen dank fürs einschalten und dann bis zur nächsten folge euer in der worte fängt tschüss und